so ein guter schönen guten morgen aber schon je nachdem man das video anschaut herzlich willkommen zu weit netz witness es gab gibt aktuell wo ich das video aufnehmen aktuell gibt es das spiel noch glaube ich kostenlos müsste man unter epic launcher gucken es ist ein geiles rätsel spiel über 500 rätsel wir lassen uns jetzt mal ganz kurz überraschen was hier passiert okay jetzt einzig bestanden wunderbar weiter geht's und ich sehe nix das wird doch gleich okay es wird schon immer schwerer kann man machen kann man hier raus tappen? ne raus tappen kann man nicht okay die schöne geile landschaft gut gemacht so liegt hier stromkabel ja ich würde mal sagen wir starten wir gucken erstmal ganz kurz nach dem kabel gut hier sind wir reingekommen und ich würde mal sagen wo gehen wir lang so hier gibt es nämlich drei schöne stromkabel was kann man hier machen kommen wir was machen so wofür das kabel hin kann man machen aber wahrscheinlich muss ich ja alles raus suchen wo aber hier lang gut da hätte ich schon mal strom muss ich jetzt wieder auch noch machen oder warum okay also man muss die ganzen stromkabel nachlaufen die ganzen rätsel lösen es läuft so gut okay das kann man erst mal aktiviert das wird dann gelb das kann man machen so jetzt muss ich das zweite rätsel machen also immer den kabeln folgen das spiel kostet sonst aktuell 40 euro pieg mal daumen hey hallo wie soll ich hier rüber kommen kann ich hüpfen gut wo muss ich hier die 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 Bitteschön Kabel 1 wäre gelöst Wo gehst du Kabel hin? Hä? Ich hab doch gerade eben Es ist schön, dass das Hä? Leute, ich bin hier tot ja überfracht Was? So, ich gehe hier um das Gebäude rum Gut, hier geht das Kabel lang Es geht aber hier rein, warum? Gut, wir gucken mal nach den anderen Ja toll So, wo war jetzt das Haus? Was ist das? Machen wir das mal ganz kurz das Rätsel So Leute, ich kapiere das Spiel noch nicht ganz, aber Ist okay Ich muss hier rum Nee, das ist der Verteiler, den will ich ja nicht Kann ich hier noch was machen? Es wäre der Strom Oh, das Rätsel ist schon mal ein bisschen schwerer Wo soll das hingehen? Ach da oben Okay Gut Machen wir jetzt hier Ich würde noch ein schwarzes Kabel rumlegen Weiß Immer noch Leuchtet, nicht leuchtet Ja Das da hinten So Jetzt gehen wir hier lang wieder Ist schon eine geile Ausstatt Och komm, wir setzen uns mal hier auf den Sofa Schade geht nicht Man kann übrigens mit der Leertasse das auch in diesen Modus reinkommen Um das Ganze zu starten Hey, yo Ich würde noch mal hier auf den Sofa Ich würde noch mal hier auf den Sofa Oh, warum kann ich da hinten nix machen? Was ist das? Ein Rätselspiel Gibt es hier? Achso, da komme ich ja raus Dann gehe ich mal wieder raus Ich bin verwirrt Das geht ja alles außerhalb von der Gelände Ich muss das Tor hier irgendwie aufkriegen Aber wie? Irgendwas passt hier noch nicht, warum nicht? Das Kabel geht hier rüber, über die Mauer Es hat irgendwas mit diesen Rätseln noch zu tun Irgendwas Ist doch lustig, dass ich jetzt schon scheidere Das ist doch lustig, dass ich jetzt schon Ja, gut Da ist definitiv irgendwo noch ein Fehler Auch wenn ich wüsste, wo der ist Da kann man ja auch nichts von machen, oder? Nee Oder habe ich das falsch angefangen? Der kriegt keinen Saft Ich müsste Stromast werden Gut Schaut euch mal die schöne Teichen Hübsche Blumen So, ich gehe mal ganz kurz hier wieder zurück Ah, das war der Anfang, ne? Ja, das war der Anfang Heute mal das Geräusch, das ist so geil Dieses Laufen Das gefällt mir Das ist so geil, das ist so geil Das ist so geil, das ist so geil Wenn es so anfängt, ist das lustig Also du hattest nur einen Stromkörbel Du hattest zwei Dann kann ich aber auch nichts von machen Ich hab's Ist bestimmt ein Kabelbruch Hallo? Gibt es da vielleicht irgendwie noch eine Zweigstelle? Wollt ich noch nicht, wie weiß Wollt ich noch nicht weiß? Ah, okay also mein fehler war das ding war schon aktiviert das gelbe so jetzt haben wir das erste tor offen ich bin sehr zufrieden freut mich ja jetzt 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 sind auch alle kamen endlich gelb wunderbar machen doch das türchen auf sehen uns das glatt weg in der nächsten folge wieder gut vielen dank fürs zuschauen ich bin raus tschüss so jetzt